Herbstbild von Christian Friedrich Hebbel Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum, und dennoch fallen raschend, fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum. O stürzt nicht die Freiheit der Natur, dies ist die Lese, die sie selber hält, denn heute löst sich von den Zweigen nur, was von dem milden Strahl der Sonne fällt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017